Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute bin ich kurz von der DGHD zurück in mein Büro, was zufälligerweise genau hier auf dem Campus des KIT liegt, quasi nur drei Gehminuten vom Tagungsort entfernt. Und ich bereite hier nochmal kurz den Workshop nachher vor, denn um 15 Uhr findet ihr in diesem Programm findet der Workshop W28 statt, nämlich das spezielle Potenzial digitaler Lehrer für die sogenannten kleinen Fächer. Ich werde dort unser Projekt, was wir mit dem Geophysikalischen Institut hier am KIT im Moment durchführen, vorstellen und lade alle Konferenzteilnehmer herzlich dazu ein, mitzudiskutieren über dieses Projekt, die Videos, die wir für dieses Projekt produziert haben und natürlich deren Wirkung und deren weitere Verwendungszwecke. Also ich freue mich auf zahlreiche Teilnahmen, teilt diesen Beitrag, ich freue mich über viele bekannte Gesichter und wir sehen uns in einer knappen Stunde. Bis dann, ciao!